Moin Moin und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gucken wir uns einen Zug an. Ich bin heute mal alleine unterwegs. Ich wollte das schöne Wetter ausnutzen. Den Tipp habe ich übrigens von der Annika bekommen. Schönen Gruß an Annika. Schaut mal bei ihr auf Instagram vorbei. Gebt ihr auch mal ein Abo. Ich verlinke sie unten in der Videobeschreibung. Achso, falls ihr euch fragt, dass immer mein Pullover in den ganzen Videos immer auftaucht. Ich habe mittlerweile schon vier Stück im Schrank. Die sind einfach super warm und dafür gibt es nämlich jetzt ein Bonus. Nämlich IndyKiss 15 bei uns im Shop eingeben und ihr kommt dem Pullover eben halt 15 Prozent billiger. Und zwar ist das ein Zug aus meiner Zeit, aus meiner Jugendzeiten. Ich hoffe es. Mal gucken, ob ich da irgendwie ein Datum noch finde und mal gucken, was ich darüber erzählen kann. Aber jetzt wollen wir erst mal da hinlaufen und kommt einfach mit. Ja, ihr braucht keine Angst haben. Hier ist alles stillgelegt. Komplett drei Schienen gehen hier lang. Einmal da, wo ich gerade langlaufe und da drüben ist auch noch eine. So, wie gesagt, da hinten steht der Waggon. Ja, ich hoffe, dass ich da gleich durchkomme. Ich sehe schon ganz viele Dornen, aber richtig Meter hoch. Wahrscheinlich müssen wir gleich nochmal in den Wald abweichen und dass ich da weiter laufen muss. Aber ich will mal ganz kurz erzählen. Ich musste damals mit 14, 15 musste ich schon alleine mit dem Zug von Hude nach Oldenburg fahren. Wegen meiner Zahnspange. Ja, ich habe damals auch eine Zahnspange getragen. Und so wie ich die Bilder gesehen habe, ist das so ein Zug, den es halt damals, ja so 1995, 96 gab. Und deswegen bin ich heute mal eben alleine hingefahren. Jetzt hier beim Vorbeigehen sehe ich gerade noch so ein Häuschen, was auch Lost Place ist. Das ist aber ein kleines Lost Place. Ich denke mal, das war wohl irgendwie so ein für Weichen, so ein Stellwerk, Weichenstellwerk oder Strom, Stromhäuschen. Ah, was ich gerade sehe. Hier ist so eine riesen Plattform, so eine Betonplattform. Und das sieht mir so aus, ob das eine Waage ist. Ich glaube, hier wurden die Waggons gewogen. Und das war eben halt so ein Häuschen dafür. So, ich wollte jetzt mal gucken, ob ich da irgendwie rankomme. Aber leider keine Chance. Alles voll mit Dornen zugewuchert. Echt krasses Ding, dass es hier so noch steht. Und vor allem, dass so eine Waage hier drin steht. Da ist so ein Kontergewicht. Oder wahrscheinlich ein Gewicht. Und da kann man dann die Kontergewichte ranhängen. Und dann kann man das halt messen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Waage funktioniert. Aber ich denke mal, das wird wohl der Klotz sein, den man wohl hin und her schieben kann. Ich kann mal gucken, ob man den noch bewegen kann. Dafür muss ich nochmal eben einmal über die Dornen überspringen. Ne, den kannst du gar nicht mehr bewegen. Obwohl, der hat so eine Sicherung drin. Ne, den kannst du aber nicht mehr bewegen. Keine Chance. Ja, aber ist schon krass, oder? Dass man das jetzt auch noch so hier findet. Ich bin angekommen. Und wie ich sehe, das sind zwei Waggons. Ist jetzt nicht so spektakulär. Aber wie gesagt, gehe da jetzt mal rein. Ich hoffe, dass die Tür auf alles ist. Aber ich habe da hinten auch schon gesehen, dass die Tür offen ist. So, wollen wir einfach mal gucken, ob hier die Tür auf ist. Ne, hier ist zu. Das heißt, wir müssen jetzt komplett da hinten hinlaufen. Tja, ich musste doch nochmal eben in dem Wald ausweichen, weil man da irgendwie nicht rankommt. Da ist nämlich jetzt richtig alles voll mit Dornen. Boah, meine ganze Hose ist voller Dornen übersät. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Überall sind Dornen drin. Aber die haue ich mir jetzt nicht raus. Einfach drinnen lassen und weitergehen. Und da habe ich schon eine Tür gesehen. Jetzt versuche ich da mal eben hinzukommen. Eieiei, ihr seht das auch alles voller Dornen. Meine Fresse, du. Was tue ich mir da heute wieder an? Aber das Wetter ist ja richtig genial, ne? Aber es sieht gut aus. Ich komme zum Zug. Es sieht ganz gut aus. Ein bisschen durchkämpfen. Da kommen wieder Erinnerungen hoch, wie ich damals mit einem Zug gefahren bin. Ja, verdammt lange her. Aber wenn man so einen Zug sieht, kommt richtig Erinnerungen wieder hoch. So, ich bin drinne und sehe schon als erstes die Toilette. Und, oh, die war aber noch ziemlich groß, die Toilette. Das kenne ich auch noch aus den Zeiten. Ich weiß gar nicht. Gibt es sowas heute auch noch? Ich bin schon lange nicht mehr Zug gefahren, seit ich Auto fahre. Ich glaube, die Türen gehen auch gar nicht mehr auf dem Loch. Oh, diese Geräusche noch. Iiiiit. Aber wie gesagt, hier ist auch schon alles kaputt gehauen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der hier schon steht. Aber wir können jetzt mal in den ersten hinteren Waggon reingehen. Boah, diese alten Griffe noch. Geil, das kann ich nur noch so runterziehen und dann gehen die Türen so auf. Womps. So, geil. Geht sogar noch. Hier sehe ich auch schon wieder eine Toilette. Komplett Scheibe rausgehauen und jetzt kommt der Gang. Okay, hier steht ein Kühlschrank. Haben hier vielleicht auch noch welche gehaust. Kann ja sein, dass hier vielleicht welche zur Notunterkunft ein kleines Kämmerchen gebaut haben. Hier sieht man aber wahrscheinlich, war das wohl mal der Schaffnerraum. Wo er wahrscheinlich seine Getränke und hier halt vielleicht noch irgendwas steuern konnte. Jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie alt der Zug ist. Aber da gucken wir nachher nochmal draußen. Ist das ein Lichtschalter? Ja, sieht so verdammt danach aus. Ein Lichtschalter. Dann hier auch wieder so eine Ölanzeige. Störung für Ölheizung. Die haben ja richtig noch Ölheizung hier gehabt, oder was? Wie gesagt, Kühlschrank. Alles noch richtig aus Holz. Boah, noch alles richtig aus Holz gebaut und fängt schon richtig an zu blättern da drinnen. Na, guck mal, der konnte alles kontrollieren hier. Ich weiß auch nicht, ob hier Techniker an Bord war. Weil hier kannst du alles kontrollieren. Es scheint wohl richtig mit Ölheizung gewesen zu sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das ein Kühlschrank ist. Tatsache, ein Kühlschrank. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. So. Wollen wir mal wieder raus aus der Butze. Und wollen wir mal ein bisschen weiter gucken. Wir haben ja noch ein paar Abteile vor uns. Dienstraum. Boah. Oh, der ist. Ja, guck mal. Den konnte man extra abschließen hier. Scheiß, den kriege ich jetzt gar nicht auf. Aber ich denke mal, wir können auch von hier rein. Ähm. Ja. Jetzt macht mich gerade etwas stutzig. Also so einen Zug kenne ich gar nicht. So ein Waggonzug. Das ist ja ein richtiger Schlafzug. Ähm. Ich vermute auch mal irgendwie, dass es, ja, wahrscheinlich so ein Ostzug war. Ja. Hm. Das müssen wir nochmal irgendwie rausfinden. Ui. Du kannst es auch sogar hochklappen. Man kann es hochklappen und dann kann man hier halt sitzen, denke ich mal. Ach so. Guck mal. Das ist ein Kopf. Wie ein Kopfkissen, ne. Kann man ausklappen. Und dann kannst du das stufenweise so hin machen, wie du es haben möchtest. Aha. So. Okay. Oder du bist ein Flachschläfer. Da machst du es halt ganz runter. Okay. Hier auch noch irgendwelche Knöpfe. Wahrscheinlich hier, guck mal, sogar mit einer Klingel für Bedienung. Oder sowas. Aber da oben ist auch noch eine. Das ist irgendwie drei Etagen. Hm. Müssen wir mal gucken. Schon cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es wäre einfach nur so ein Personenwaggon. Aber das ist so ein Schlafwaggon. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ey. Ich mach das mal ganz vorsichtig auf. Ich guck da noch mal rein. Das scheint ein Spiegelschrank zu sein. Halterung für, ja. Vielleicht ein Wasserbecher. Für Zahnputztorch oder sowas. Da waren wohl mal die Lampen drin. Schon alles kaputt gewämst halt leider. Ach guck mal. Hier haben sie sogar für Rasierapparat. Für 220 Volt. Eine Steckdose gehabt. Und hier war eben halt noch so eine Sicherung dran, dass die Tür nicht ganz aufgeht. Vielleicht wenn mal Fahrkartenkontrolle ist. Dann kannst du es eben halt so vorzeigen. So wie ein Schlitz durch. Weiß nicht. Das kann man auch noch irgendwie aufmachen. Aber irgendwie ist das schon alles kaputt. Ich konnte mal den Abteil auch noch abtreppen. Ah, guck mal. So. Und hier sehe ich jetzt schon. Guck mal Sachsen. Hm. Das macht mich jetzt echt stutzig. Aber das ist eben halt so wie von der Deutschen Bundesbahn. Wie ich das auch kenne. Mit den Aufklebern. Und genau. Dann gehen wir einfach mal weiter. Gehen wir mal in Abteilung 6. Oh, die Tür ist sogar offen. So. Der Abteil. Der Abteil ist auch größer. Hier ist auch wieder so eine Tür zwischen. Nicht, dass wir hier noch einen eintreffen, der hier schläft. Könnte ja auch gut sein, ne. Dass hier wahrscheinlich ein paar Obdachlose. Oder ja. Die ja vielleicht mal so zum Spaß hier schlafen drinnen wollen. Sieht auch noch nicht so verschimmelt aus, finde ich. Aber ich frage mich jetzt die ganze Zeit. Oben ist auch irgendwie noch so ein Fach. Wie kriegt man das Fach auf? Ich will da jetzt auch nicht dran rumbrechen oder rumdoktoren. Man sieht zumindest hier hinten ist noch eine Matratze. Und wieder diese Spanngurte. Vielleicht ist das ja auch für Kinder. Dass Kinder hier drinnen schlafen können. Irgendwie muss das ja runterklappen. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das Ding runterklappt. Aber vielleicht sehen wir das irgendwo noch in einer anderen Abteilung. Boah, das ist schon wieder so warm hier drinnen. Guck mal. Das kann wirklich für Kinder sein. Ein Kinderbett noch. Habe ich gerade gesehen. Haben sie ausgeklappt. Ich weiß echt nicht, wie man das Ding los macht. Aber hier haben wir auch wieder diese Kopfstütze, die man einstellen kann. Genauso wie hier unten auch. Und wie gesagt, ich glaube das waren bestimmt solche Gurte, wo die sich halt mit anschnallen konnten. Oder für die Matratzen, die hier drinnen liegen. Da vorne konnten sie halt noch ein bisschen Gepäck reintun. Bücher zum Lesen vielleicht noch. Wie gesagt, da ist auch so ein Schalter für Personal. Vielleicht war ja auch Personal hier. Und eine kleine Lichtlampe, Leselampe. Einmal kurz raufklettern. Von oben nochmal angucken. Genau, da konnten halt Kinder drinnen schlafen. Da ist auch wieder so eine Leselampe, falls ihr das sehen könnt. Da oben auch. Wieder so ein Fach. Und dann konnte man das Ganze halt einrasten. Ja, ist schon sehr kaputt. Kriegt man gar nicht mehr eingerastet. Hat sich schon alles verzogen vom Holz. In jedem Abteil ist eine Notbremse drinnen. Und Rauchverbot. Hier durfte keiner drinnen rauchen. Ja, das kennt ihr bestimmt auch, ne? Fenster auf und dann mal den Rüssel raushalten. Und den Fahrtwind genießen. Oh, da kann ich mich noch dran erinnern. Und wenn die Pfeile mal so vorbeisausen. Geil. Aber jetzt müssen wir echt mal rausfinden, was das wohl für ein Schlafwaggon ist. Ob der wirklich aus dem Osten kommt. Ich sehe gerade hier noch, da könnte Reichsbahn drinnen stehen. Deutsche Bundesbahn. Tatsache, Deutsche Reichsbahn. Hä? Na, wollen wir mal gucken, ob wir hier noch ein Datum finden, seit wann der Waggon schon existiert. Auf jeden Fall hier sieht man auch wieder diese typischen Aufklebern. Keine Flaschen vorm Bord schmeißen. Und das macht mich jetzt auch etwas stutzig. Hier steht auch was auf Russisch. Also, hm. Ich denke mal, das ist bestimmt ein Zug aus der DDR. Das wäre ja der Hammer. Also da müssen wir gleich nochmal irgendwie gucken, ob wir da irgendwie ein Schild finden. Und dann sehe ich hier oben noch solche Knöpfe. Wahrscheinlich, wenn eine Bedienung kam, konnten sie das wahrscheinlich ausschalten. Oder konnten klingeln, wenn einer da ist. Also die hängen hier überall. Ich kann es nicht sagen, ich habe noch nie einen Schlafzug geschlafen. Ja, wenn ihr das wisst, wenn ihr schon mal in so einen Schlafzug mitgefahren seid, bitte ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, nochmal eine Jalousie testen. Oh ja, die funktioniert sogar. Die kriegen wir runter. Und die gehen wieder auf. Ups. Moin. 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 Oh. Oh. Hey, Zucker. Und jetzt kommen wir schon am Ende des Zuges. Wollen wir auch nochmal einen gucken. Wir finden, hier war wahrscheinlich ein Feuerlöscher drin. Sieht so aus. Okay, hier ist wieder WC. Und hier sind wir praktisch am Ende angelangt. Kann hier nochmal reingehen. Und hier wäre praktisch die Verbindung zum nächsten Zug. Okay. Cool. Genau. Und dann würde jetzt der nächste Waggon kommen und sich hier halt ankoppeln. Das ganze machen wir aber mal wieder zu. Weil wir wollen das so hinterlassen, wie es auch war. Genau. Hier steht auch wieder was auf Russisch. Das habe ich mich früher auch immer gefragt, was das ist. Weil man das aufdrehen konnte. Hier wird wohl eine Trommel drin sein. Und jetzt sehe ich auch gerade da oben ist ein Schlauch drin. Wahrscheinlich konnten sie das Heizöl oder was auch immer hier Wasser oder vielleicht zur Absaugung für die Toilette den Schlauch benutzen. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr das ja. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Hier sieht man auch schon, dass es leicht abblättert. Hier fängt das schon richtig an zu rosten. Hier scheinen so Fußbürsten zu sein. Guck mal. Das wackelt hier auch richtig so. Wie so ein Trampolin. Aber kannst du die Füße abputzen. Das machen wir jetzt auch mal. So. Und jetzt gehen wir weiter. So. Den ersten Zug habe ich durch. Und meine Vermutungen sind halt. Ja. Wird keine Reichsbahn sein oder aus dem Osten kommen. Das ist ein ganz normaler Zug der Deutschen Bundesbahn. Und ich denke mal. Das habt ihr auch während des Videos schon gesagt. Mensch. Was labert der jetzt so Mist. Der halt eben. Ja. Wahrscheinlich durch Polen, Russland gefahren ist. Aber so wie von den Schriften her zu sehen. Denke ich mal. Dass er irgendwie durch. Ja. Durch Polen oder Russland halt durchgefahren ist. Und so einen Schlafzug habe ich auch noch nicht gesehen. War echt cool. Genau. Jetzt habe ich den Teil durch. Und jetzt. Ein Waggon haben wir noch. Also hat nichts mit meinen Jugendzeiten zu tun. Ich hoffe. Dass der erste Waggon halt. Noch was anderes ist. Jetzt will ich mal vorne gucken. Genau. Hier haben wir gestartet. Und jetzt wollen wir mal gucken. Was uns noch in diesen Waggon erwartet. Hier sieht man noch diese Notbremse. Jetzt kann ich sie das erste Mal. Mal drücken. Jetzt hält der zu ran. Boah. Dazu kommt mir etwas neuere vor. Weil. Diese Handbremse. Diese Notbremse. Und vor allen Dingen das Schild hier unten an der Tür. Das hier. Das kommt eben halt so aus meinen Zeiten. Das kenne ich noch. Ich finde diese Griffe finde ich urig. Dass man die mal so runter drücken muss. Und dann. Mit aller Wucht. Aufmachen muss. Bin ich mal. Gespannt. Was hier uns erwartet. Ah. Das sieht doch schon mal. Besser aus. Okay. Jetzt sind wir in so einen. Personenzug drinne. Genau. Das kenne ich halt noch aus meinen Zeiten. Wo ich halt eben. Nach Oldenburg immer gefahren bin mit dem Zug. Und dann. Waren halt noch diese Kabinen. Ich glaube das gibt es gar nicht mehr. Das ist doch wieder. Coole Sache. Ja. Mal gucken was wir jetzt noch da hinten finden. Auch überall wieder Notbremsen. Lichtschalter. Aber wie gesagt. Hier fehlt auch schon die Hälfte. Die Gepäckablage fehlt hier. Und hier. Müssen wir mal gucken ob wir im nächsten Abteil was finden. Wir gehen da einfach mal im nächsten Abteil rein. Oh ja. Jetzt sieht man schon. Boah. Alles demoliert. Die ganzen Scheiben haben sie eingeschlagen. Boah. Kriegt man gar nicht auf. Das lass ich mir aber nicht entgehen. Den Mülleimer will ich unbedingt nochmal anschauen. Boah. Guckt euch mal an diese Blechbox. Alter war das ein Kanister. Das war eigentlich immer so ein Monster Teil. Wahnsinn. Da hing dann irgendwie. So hing der mal dran glaube ich. Und dann konntest du den so öffnen. Und wie gesagt. Einen Tisch gibt es hier auch noch. So einen großen Tisch. Komplett aus Holz. Der war dann auch hier unter dieser. Ne. Oberhalb der Mülltonne. Also so in der Form kenne ich den jetzt aber auch nicht. Die ganzen Scheiben haben die schon wieder eingeschmissen. Einzelfahrt. Man konnte hier auch die Sitze so eine Schlafposition erstellen. Oh. Boah. Die krach jetzt nicht weg. Und dann konnte man vielleicht auf der anderen Seite auch so das einrichten. Und dann konnte man halt so ein Nickerchen hier machen. Boah. Da kann ich mich noch an früher erinnern. Den Fuß über locker und lässig hoch gemacht. Vielleicht noch eine Zigarette geraucht. Ja. Ich weiß hier war früher Rauchverbot. Aber man hat sich ja auch nicht dran gehalten. Ich bin ja auch kein Unschutzlamm. Hier sind auch schon Brandflecke drinnen. Und eine Zigarette. Ja. Ich war auch mein Schlingel. Da wollte ich euch mal zeigen. Da haben sie die Scheiben ja kaputt gemacht. Da seht ihr jetzt schon die ganzen Dornbüschel. Die sich den Zug jetzt wiederholen. Würde ich mal so sagen. Ja. Echt krass. Jetzt sehen wir hier noch einen größeren Abteil. Aber das sieht mir so aus, ob sie die komplette Wand hier weggerissen haben. Selbst die ganzen Türen haben die weggerissen. Die ganzen Scheiben eingeschlagen. Und das ist das coole. Die Natur holt sich gerade alles wieder zurück. Die schlängelt sich hier rein. Das ist sehr interessant. Die Dornen, die haben sich hier im Eimer richtig eingewickelt. Das zeige ich euch mal hin. Die Dornen. 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 Dornen. Die Dornen. sind einfach schlecht. Und ich habe auch keinen Bock mehr hier durch die ganzen Dornen durchzulatschen. Aber ich glaube. Ne. Das lasse ich lieber sein. Schade. Hier steht 2014 drauf. Aber 2014 glaube ich nicht. 2014 da ist er schon etwas älter. Alter. Oh. Ah. Yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stefan. Tja. Hier bin ich reingegangen. Und hier steht es ganz groß an der Treppe. 1983 wurde dieser Waggonzug erbaut. Das ist jetzt der Zug wo halt die Sitze drin waren. Der Schlafzug. Da werde ich auch gleich nochmal gucken ob das an der Treppe steht. Auf jeden Fall was da jetzt noch steht. Genau wie ihr hier sehen könnt steht hier aber noch Ausbesserungswerk drauf. So wie ich das entziffern kann. Das kann ja sein dass der Zug noch älter ist. Und dass wir den 1983 halt nur nochmal eben ausgebessert haben. Das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Aber wir haben ansatzweise ein Datum. Und ich wurde nämlich 1980 geboren. Also drei Jahre später ist dieser Zug entstanden. Oh schade jetzt bin ich jetzt gerade hier nochmal runter gesprungen. Und hab gedacht hier steht auch noch was. Leider nicht. Kannst du auch gar nicht mehr entziffern. Und ob da mal was stand weiß ich auch nicht. Schade. Echt schade. Hier steht kein Baujahr dran. Beim anderen Zug stand an der Treppe immer ein Baujahr dran. Auf jeden Fall der andere kam von 1983. Ich denke mal die sind beide zusammen gefahren. Warum jetzt auch hier zwei Waggons stehen. Und ja direkt hier stehen. Kann ich euch leider nicht sagen. Weil ich keine Informationen dazu gefunden habe. Es war auf jeden Fall interessant mal so einen Schlafzug zu sehen. Habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Und so an meiner Jugendzeiten so diese ja diese Kabinen mit diesen Sitzen drin. Und ja ihr könnt ja gerne Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr irgendwelche Verbesserungen die ich hier falsch gesagt habe. Oder ne ein Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Und das piekt da jetzt auch gerade in meiner Hose. Überall piekt das hier nach meinen scheiß Dorn Dingern hier. Bin gleich froh wenn ich im Auto sitze. Und äh genau. Damit würde ich mich auch von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Also. Tschüss. Tschüss.